Willkommen bei Warnapaday. Jeden Tag eine App. IOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen Warnapaday-Folge mit einer Android-App. Der App New Profile Pick Profilbild. Die technischen Daten. Aktuelle Versionsnummer 0.5.4 erfordert mindestens Android 5.1 oder höher. In-App-Käufe, weil die App ist grundsätzlich gratis von 5,99 bis 33,99 pro Artikel. Und bei 71.762 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,6 von 5 Sternen. Profilbilder aufnehmen, die immer zu deiner Stimmung passen. Die Welt um uns herum ist schnelllebig und entwickelt sich ständig weiter. Warum solltest du dich also auf ein einziges Profilbild in deinen sozialen Medien beschränken? Es sollte anders sein. Immer neu und von KI gemacht. Überrasche deine Freunde mit einem ständig wechselnden Profilbild. Dazu muss ich ganz kurz einfügen. Ich hasse nichts mehr, als wenn Leute regelmäßig ihr Profilbild ändern. Weil zum Beispiel bei Twitter oder so, achte ich persönlich häufig gar nicht unbedingt auf den Benutzernamen, sondern auf das Profilbild. Und wenn Leute das jetzt andauernd ändern, naja, also mein Fall ist es nicht. Wie es funktioniert. Lade dein Foto hoch, wähle aus einer Vielzahl erstaunlicher Stile, darunter KI-gesteuerte Cartoon-Porträts, ausgefallene Kunsteffekte, einprägsame Tune-Filter und vieles mehr. Komm wieder, wann immer du Lust hast, für noch mehr Styles und ein brandneues Profilbild. Der In-App-Kauf ist übrigens ein Abo. 33,90 Euro pro Jahr. Ich kann mich da den Bewertungen anschließen, das ist echt zu teuer. Keine Ahnung. Einmalig 33,90 Euro. Warum denn nicht? Oder Abo pro Jahr 12 Euro, obwohl ich ja Abos nicht mag. Aber okay, aber die Dateigröße ist echt zu klein, um damit mehr zu machen als Profilbilder. Naja, die App ist ja auch dafür da, Profilbilder zu machen. Und ansonsten kann man auch in der Gratis-Variante ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen sagen, wow, ja, das ist ja ganz witzig. Deswegen bleibt die App bei mir auch erhalten. Aber ansonsten, also Geld ausgeben würde ich persönlich für ein New Profile-Pick Profilbild nicht. Außer, wie gesagt, irgendwie 10, 15 Euro jährlich. Nein, das würde ich auch nicht machen. Aber sagen wir 20 Euro einmalig. Da würde ich vielleicht sogar noch mal ganz kurz überlegen, ob ich es machen würde. Aber so, ja, mit der Gratis-Variante rumspielen und ansonsten sagen, nö, dann eher doch nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye, bye.